Ja genau, wir haben einen Rückstoß, aber mit dem Spinus. Triffst du die? Ja, ich versuch's gerade. Hast du die getroffen? Ja, hab ich. Okay. Sie kommt. Au, weia. Alter, der hat schon wieder nur Scheiße getroppt. Was kann ich dir in Ernst sein? Wo sind jetzt die anderen Ravager? Ja, die müssen wir jetzt eigentlich... Die sollten sich für sich selber auftausten. Wir müssen halt nur die... Lass erst mal die Alphagraben killen, die sind eine große Gefahr für uns. Ich will halt ungern im Wasser kämpfen, ne? Ja, ich auch. Können die auch abschießen und dann kommt sie hierher, oder so? Das bringt nichts. Ja, worauf können wir machen? Ich verfolge eh wieder zwei Graben, Alter. Ich bin eh wieder am Krampfen, oder so. Du hast schon wieder so viele Krokodile hinter dir. Ja? Nein, nicht der Scheiß hier schon wieder mit dir, du Alphagraben. Verzieh dich doch. Verzieh dich, hab ich gesagt. Du musst ja wenigstens down, der Elektrophorus. Ich hasse die Elektrophorus. Man kann auch nicht wenden, null kann man im Wasser wenden. Ja, ich mach euch alle Pferde. Jetzt zieh euch. Elektrophorus, eins down. Einfach aufbauen. Sieh euch doch einfach. Ich weiß noch nicht mal okay. Einfach verziehen. Ah, ich wollte nicht so einen Alphagraben. Weg hier. Man kann auch im Wasser einfach die Wendung von dem ist so verdammt. Ja, dann lass an Land gehen und wir machen. Verzieht euch hier. Spaten. Alle weg. So, abschießen dann, oder? Ja. Aber hier sind doch... Wo sind denn jetzt unsere... Ja, wir dürfen die halt nur nicht lange... Aber wir haben ja einen Rückstoß. Alter, dreh ich um. Guck mal, wie viele Gramm hins folgen. Ach so. Haha, ja, ist klar. Okay, dann machen wir die mal fertig. Die sind ja echt leicht. Ihr kommt nicht zu unseren Revitern, ihr Spaten. Wir machen auch Flächenschaden. Alter. Was? Was? Okay, einer ist weg. Ja, die kriegen wir alle weg. Die Alphagrabe verzieht sich aber in die andere Richtung. Jetzt haut die Krabe da ab, oder was? Ja, die haben einfach keinen Bock mehr. Verzieht euch einfach. Was könnt ihr überhaupt? Wow. Hey, keiner bleibt hier fahrschonend. Okay. Die verzieht sich einfach. Warte, ich geh hinter dir her. Ich hab da jetzt keinen Bock, dass die dann nachher wiederkommt. Boah, der Spinus ist eigentlich überladen. Jetzt verzieh dich, Alter. So. Wow, Alter. Was macht der denn hier, der euch Spaß hat? Verzieh dich einfach. So, die Alphagrabe, die ist da hinten. Krass, dass es so viele Alphagraben gibt. Ja, wir sind hier halt ein etwas schwerer Biom. Ja, aber trotzdem. Ja, aber nicht zu nah. Weil ein bisschen weiter direkt hinter uns sind die Ravager, ne? Ja, genau. Wir haben einen Rückschluss aber mit dem Spinus. Hm. Triffst du die? Ja, ich versuch's gerade. Hast du die getroffen? Ja, hab ich. Okay. Auweia. Ja, komm, steig auf. Die nimmt dich und haut dich zweimal gegen Bohr, dann bist du tot. Ja, ich mach noch mal mehr Angriffsschaden. So. Wer wusste jetzt? Ich hab 13 Level zu vergeben. Die ist am Meeresboden. Und kämpft gegen andere Leute. Sie hat den Bock wieder verloren auf uns. Ja, gar nicht deren Ernst sein. Die kommt da nicht hoch, glaub ich. Ja. Kann auch springen. Ja, sie haut wieder ab, Alter. Was dir? Ja, ich bleib erst mal hier, wenn ich mit, wenn ich kommen soll, sag einfach. Aber ich würd jetzt nicht unbedingt unter Wasser gern kämpfen. So, jetzt komm, folg mir, du Spaß. Ja, folgen. Ja, okay, sie kommt. Alter, ist die schnell, ne? Aber ich glaub, sie ist zu dämlich, um zu springen, oder? Ja. Ich muss jetzt erst mal wenden wieder. Sie ist zu dämlich, um zu springen, Alter. Alter, sie backt sich da irgendwie fest, irgendwie. Du musst da so rum, ne? Ja, sie kapiert das nicht, dass sie da nicht hochkommt. Okay, ja, sie fokuss dich ja schon wieder. Ja, ja, macht, dass du da wegkommst. Oder soll ich kommen? Ich möchte aber hier nicht gegen die kämpfen, ist das scheiße. Ja, dann lockt ihr hier, guck mal links rum. Ja, so, ich lockt ihr jetzt hier. Sie folgten mir, sie kommt hier hoch. Sie kommt, sie kommt. Ich bin da, ich bin da. Ja. So, nächster Alpha-Kraber, als wenn wir nicht schon genug gehabt haben. Erstmal ein bisschen durch den Rückstoß gehen. Boah, die macht auch einen Schaden. 138, shit. Ja, aber wir schubsen sie zurück ins Wasser. Lass aber hier die Killen hier nicht ins Wasser gehen, da hat sie den Vorteil. Ja. Ja, dann lass sie erstmal wieder, dann gehen ein paar Schritte zurück. Ja, so macht sie keinen Schaden. So kriegen wir sie auch down. Ja, sie hat sicherlich eine Menge Leben. Ja, aber ein paar Schritte zurückgehen, das ist schon wieder zu weit im Wasser. Mir fällt gerade ein, schade, dass unsere Spinos nicht vom unterschiedlichen Geschlecht sind. Dann würden wir einen Mate-Bonus bekommen. Ja, ist okay, jetzt ist sie wieder zu weit weg. Was? So, guck mal ran. Ja, er wird zu weit geschlodert. Alter, rauf. Ja, aber hier sind wir wieder Wasser. Die würde ich jetzt schon blutig, also. Krass. Krass. So, jetzt hat er wenigstens angehalten unter Wasser, aber ich halte nicht ewig aus unter Wasser. Der wird nicht voll im Spino auf jeden Fall regnen, aber die Krabbe ist gleich da an. Ja. Mein Sauerstoff erlangt es auch. Der Sauerstoff müsste vielleicht wieder hochtauchen. Ich ersticke bereits. Ja. Ein bisschen halte ich halt. Alter. Krass viel. Ich muss hoch. Sauerstoff tanken. Du erstickst gerade, Fabio. Ja, ich weiß. Weiß. Hä, ich verliere nach wie vor Sauerstoff. Was ist das denn? Ja, spring runter, du. Die blutet schon wieder an einem Jahr. Ja, das ist gleich down. Hä, was ist denn hier da was, Alter? Das stört sich mir hier in den Weg. Dieser Typ wendet sich halt überhaupt nicht. Nee. Ja, ich bin hinter der. Ich kann halt gar keinen Schaden machen so, Alter. Das ist doch Müll. So. Nein, immer noch nicht. Hast du sie? Ich muss hoch. Ich ersticke. Ist die jetzt weg? Ja. Okay. Ich glaube, die hast du diesmal gekillt, oder? Ich weiß nicht. Ich... Ich... Oh Gott. Ja, ich hab... Ich hab'n Level ab. Oder war das der von vorhin? Ey, was ist das doch? Ah, Elektrophoros. Nein. Nicht da hin. Guckt! Ey! Das verzieht euch. Diese Steuerung im Wasser, die ist so... Daneben. Wo ist die Basis, Alter? Das hier rausgehen ist scheiße. Dass du mir den Arangern gehst. Ja. Da ist der Elektrophoros. Nice. Oh, nee. Ist das ein Baryonyx? Nein! Der Baryonyx ist da. Ich hab' ab. Ich hab' ab. Ja, aber das mach' ich nicht. Da hab' ich keine Lust drauf, Alter. Wasser. Oh, shit, Alter. Der Baryonyx ist viel schneller als ich im Wasser. Ah, ich bin gleich am Land. Dann kann er mir nichts mehr. Da ist noch einer. Ja. Erzieh dich. So. Weg. Jetzt sind wir zwar wieder hier, aber wir sind ja, wir müssen ja die Ravager noch holen. Ja. Äh. Aber ich hab' die Kralle nicht. Also... Ich hab' diese Alpha... Verzieht euch ihr Krabben, Alter! Ich hab' diese Alpha Kralle aber nicht bekommen. Also... Da ist aber ein neues Lager ab. Alter. Heftig. Äh. 82. Chemielaboratisch, ja. Äh. Soll' ich... Ich hol' die Ravager wieder. Aber wo sind denn die Ankylos? Das versteh' ich jetzt nicht. Wo die sind. Wo was ist? Die Ankylosauren, wo die sind. Die Ravager sind da. Äh, ich weiß, wo die sind. Die hol' ich auch jetzt. Ah. Ich muss mal mal Ankylosaurus... äh... mein... mein Spino holen. was macht er denn so schwer hier? Mh... ...nö... Was sind denn die jetzt? Die standen doch genau da. Okay, ich weiß es. Fuck you. So. Unfassbar. So, 52 Kugeln legen hier drinnen noch. So, ich gönne mir jetzt meinen Anzug. Die haben wir am Schlepptau. Die Ankylosaurin aber nicht, ne? Die Ankylosaurin habe ich schon hier hinterher gebracht. Ach, hast du schon. Okay, dann haben wir alle wieder. Und dann machen wir uns wieder die Anzüge. Dann geht es aber wirklich dahin. Haben wir wieder uns viel zu viel Zeit gelassen, Alter. So kann man eine halbe Stunde einfach mal wegschmeißen. Nice. Der zweite Spino. Bist du auf dem Spino? Der steht da bei der Heilpflanze, ne? Ich glaube, der kann für sich selber aufpassen. Ja. Okay. So. Dann machen wir das. Ich werde jetzt hier mal nochmal alles reparieren und für dich noch einen zweiten Anzug herstellen und so weiter, ne? Und hier diese Feldflaschen, ne? Ach, fuck. Ja, ja. Stimmt. Ja, fuck. Wir brauchen. So. Alter, der Ravager, der war auch schon gut. Ungefragt. Wir brauchen Leder. Leder müsste genug sein im Spino und in allem. Ja, hier sind 20.000 Leder drin. Ja, pack mal ein Fokal Kart. Ja, ich gehe mal woanders hin gerade. Da hinten ist noch Cosmo und der Level da. Und die Raptoren. So nah am Wasser ist vielleicht auch nicht so nice, ja. Ja. Boah, der wird sich schon wieder hochheilen. Boah, hat er wieder hier viel Scheiße eingesammelt. So nice, oder? Ne, ist es nicht. Ja, Mensch. Zwei Alpha Kramme. Mal easy gekillt, ne? Meine Rüstung lege ich weg. Pfeile. Weg. Hallo. Das Schwert stelle ich mir wieder her. So. Da fehlt mir wahrscheinlich auch Leder. Ne, das ist noch da. Hast du schon Leder reingepackt? Wo rein? In den Fabrikator. Ne, noch nicht. Mach mal. Ja, mach mal das. Äh, Leder. Okay, drinnen. Oh, der hat sogar noch rote Edelsteine. Ich glaube, die Alpha Kramme hat rote Edelsteine getroppt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier auf einmal rote und blaue Edelsteine bekommen. Ähm, nicht schlecht. Das ist schon mal nice. Okay. Okay. So, dann, äh, die Feldflaschen. Ja, natürlich. Ich glaube, hier waren noch... Äh, das ist meiner. Dann war ja noch eine drinnen. Genau, hier ist noch eine drinnen. Rüstung. Dann brauche ich noch zwei. Dann haben wir das wieder. Dann machen wir es auf den Weg. Und zwar möglichst schnell. So, dann holt er eine Rüstung auch. Hast du zwei gemacht? Ich habe eine hier drinnen für dich. Äh, ich brauche ja noch eine zweite. Hast du nicht noch eine zweite gehabt? Ich gucke gleich noch. Ja, hier. Die habe ich noch nicht repariert. Ah, reparier den mal. Okay, das ist dann alles für mich, ja. So, dann lass uns jetzt auch schnell gehen. Dann nehme ich jetzt noch die Sniper. Wo ist die Sniper hier? Die Kugeln muss ich noch abholen. So. Fernglas muss ich noch... Wo ist die Fernglas? Da... Woge ich hier noch ein bisschen Sachen rein. Mein Revolver und meine Kugeln noch. Hier noch die Kugeln. Ja, 250 Stück an der Zahl. Und alle richten Revolver. So, ich glaube, da... Sollten wir alles... Ich glaube, ich habe alles Wichtige. Ich stehe noch mal schnell. Reparieren noch mal meinen Revolver. Und meine Sichel und so. Ich habe alles da. Wasserpilze bräuchte ich vielleicht noch. Hast du noch welche? Im Farm noch schnell welche. Mehr Sichel. Äh... Äh... Hm... Ja, aber hier sind es ja irgendwo so eine... Da... Wer ist denn nach Rio? Dann die Rüstung ausziehen. Da hat man gleich mehr Gewicht frei. So... Dafür die andere an. Da ist aber noch ein Revolver drinne. Tauchanzug ist hier drinne. So, ich habe eine Rüstung an. Revolver... Kann man denn irgendwo diese Pilze holen? Dann bekomm man von denen hier. Nee. Pfeife. Handy aus. Wo ist eigentlich die Royal Red? Äh... Keine Ahnung. Fällt mir jetzt auch gerade so ein, dass die auch nicht mehr da ist. Keine Ahnung, wo die ist. Alter, ich verstehe es nicht, wo alle unsere Dinos auf einmal hin sind. Ja, die ist auch nicht da. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was noch fehlt. Hm. Ich ratee es nicht, wo alle unsere Dinosen sind. Vielen Dank.